Wobei hilft mir der Balkenmäher? Der Balkenmäher als Partner für grobe Arbeiten im Garten. Im Vergleich zum klassischen Rasenmäher für den Garten ist der Balkenmäher ein Gartengerät für grobe Arbeiten. Anstelle des normalen Mähwerks in Form einer Sichel besitzt der Balkenmäher einen Mähbalken, der vor dem Gerät montiert wird. Der Ursprung dieses Prinzips rührt von einem Einachsschlepper. Diese Einachser sind hauptsächlich in der Landwirtschaft zu finden, um die Böden zu bearbeiten. Dabei werden auch andere Geräte für den Anbau, z.B. Umkehrfräsen, Flüge sowie dieser Balkenmäher eingesetzt, in dem der Anschluss an Zapfwellen erfolgt. Diese Multitalente sind wegen ihrer vielfältigen Handhabung auch für Hobbygärtner von Bedeutung, wenn ein voluminöses und verwildertes Gelände zu bearbeiten ist. Für weitere Informationen sehen Sie doch einmal auf www.balkenmäher.org oder klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.